Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen, äh zu einer, zu meiner nächsten Folge Micro Pocket Edition. Ja, heute werde ich glaube ich die Höhle hier erforschen, aber wenn ihr es nicht gut findet, was ich mache, oder, ähm, wenn ihr es, wenn ihr etwas anderes wollt, das ich mache, könnt ihr das ruhig in meine Kommentare-Liste schreiben. Und, wenn es euch gefällt, gebt mir einfach ein Like. Nein. Aber, wäre so schön. Aber, wenn ich ihnen nie ein Like klicke, ne. Aber, ja. Vielleicht kriege ich ja verreichend. Ja, ich werde da mal die Zombies aus, weil ich kann es gerade nicht brauchen. Ich spiele schon mit Zombies auch, aber ich mag das nicht gerade sehr. Ich stehe dann auf einmal dort und fäzt sie dir mal. Klar, sieht das auch noch nach. Scheiße, jetzt traue ich mich fast nicht ab der Höhle raus. Aber zum Glück steht ja mein Haus gleich neben der Höhle. Oh ja, das ist lustig. Ohoho. Ich-Pie. Dann gehen wir mal schlafen. Und, ja. Dann werde ich auch noch neue Fackeln. Eine Fackeln bauen kann. Nein, weil ich habe noch gar keine gebaut. Also werde ich eine Fackel bauen. Oder zwei, oder drei. Ich will mir völlig schlägen, wie viele Fackeln das ich baue. Oh, da ist so ein... Oh, da kann es sein. Die Fakten können doch nicht erholen. Ach, wie süß. Ja. Mann, Kühe. Oh, kann man auch schon merken. Ja. Boah, die gibt schon von hier. Das ist so für Eisen. Da bist du. Oh, da ist Wasser. Guck. War da gerade ein Enderman. Ist die Zombies ausgeschlagen? Ja. Na. Entschuldigung. Ich bin gerade erst aufgestanden. Und jetzt habe ich mir wieder gedacht, jetzt muss ich wieder mal ein Let's Play machen. Und so. Das ist meine Geschichte. Das ist meine Geschichte. Die mit der Ovi Kron. Na, warte. Na, ich geh mal zurück. Oder baue das Eisen da ab. So. 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 Würchenlofen zu mir nehmen. Nein, für den. Da ist eine. Und. In die Kuh. So. Da war ich wieder. Dass es dann brutzelt. werde ich da vielleicht ein paar Blumen ernten. So. 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 Ja. So. Dann sage ich mal herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge von Mycroft Pocket Edition wiedersehen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Mycroft Pocket Edition. Mycroft Pocket Edition. Tschüss.